Wir bringen euch den Sommer nach Hause. Herzlich willkommen zu Lockerlecker Profi Derek mit einem super Sommer Shake. Das schmeckt als Sommer. Wir brauchen eine Mango, eine Limette, dreimal Passionsfrucht, eins, zwei, drei, ein bisschen Orangensaft. Orangensaft und Honig. Ich liebe Honig. Ja, so eine Geheimwaffe für alles. Honig geht immer. Und mit dem Megatastisch Sommer kommt zu euch. Summer Time! Chili, wie läuft's? Super! Super! Hier, Mango. Noch ein Löffel Profi-Honig von seinen glücklichen Bienchen. Und dann kommt noch, ich würde sagen, 150 Milliliter Orangensaft. Ihr Lieben, was wir gemacht haben, ist, wir haben noch auf einem Teller ein bisschen Zucker und hier ein bisschen Limettenwasser. Und Chili wird uns die Gläser schön machen, während ich hier noch ein paar Eiswürfel reinwerfe. Und dann auch ein paar Eiswürfel noch in die Gläser. Zack! Und dann gebe ich hier mal Power. I got power! Top! Chili! Zum Wohl, mein Lieber! Zum Wohl! Zum Wohl! Daumen hoch, Abo dalassen und Sommer To Go zu euch! Zum Wohl! Zum Wohl! Are you ready for the cooking? Kaffee on fire!